Herzlich willkommen liebe Studierende zur heutigen Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik. Heute mit der ersten von zwei Sitzungen zum Thema Medienlinguistik. Ganz grob haben wir es so aufgegliedert, dass wir uns in der heutigen Sitzung generell mit dem Medienbegriff und dann mit den klassischen Massenmedien beschäftigen wollen. In der nächsten Sitzung soll es dann um digitale und vor allem auch um soziale Medien gehen. Das haben wir heute vor. Wir möchten zunächst klären, was überhaupt Medien sind und worum es in einer Medienlinguistik geht und warum wir eine solche Subdisziplin überhaupt brauchen. Ich möchte Ihnen Parameter der linguistischen Medienanalyse vorstellen. Wir wollen uns mit dem interessanten Spannungsfeld von Öffentlichkeit und Privatheit in der Medienkommunikation beschäftigen. Ich möchte Ihnen neutralistische Strategien im Journalismus vorstellen und schließlich wollen wir uns mit dem Begriff des Framing auseinandersetzen. Die Lernziele bestimmen sich wie folgt. Sie können erstens die grundlegenden Parameter der linguistischen Medienanalyse benennen und auch erläutern. Sie können erklären und erläutern, was man unter journalistischen Strategien des Neutralismus versteht. Und schließlich können Sie den Begriff des Framings erklären und anhand von Beispielen dann auch erläutern. Ja, was sind also Medien? Immer wenn man sich so eine Frage stellt, was bedeutet eigentlich ein bestimmtes Wort, ein bestimmter Terminus, ist es immer sehr hilfreich, genauso vorzugehen wie auch inzwischen alle Wörterbuchredaktionen vorgehen, dass man nämlich in Corpora nachschaut. Ich hatte Ihnen in der Sitzung Korpus Linguistik 1 das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache vorgestellt. Und da finden wir ein Modul, das sich Wortprofil nennt. Und hier ist hinterlegt eine sogenannte Kollokationsanalyse. Das hatten wir in der Sitzung Korpus Linguistik 2 besprochen. Wir sehen hier also Wörter, die signifikant häufig im direkten Kontext des Wortes Medium auftauchen. Und zwar in einem Korpus bestehend vornehmlich aus Pressetexten. Ich habe hier nach Medium gesucht, weil das Ganze hier auf lemmatisierter Basis berechnet wird. Sie erinnern sich, Lemmatisierung bedeutet die Überführung in die Grundform. Das heißt aus Medien, aus Medien wird dann eben der Singular Medium. Wenn wir unseren Blick mal drüber schweifen lassen, dann sehen wir hier einerseits sowas wie amerikanisch, russisch, spanisch, türkisch, italienisch, israelisch. Also es wird Bezug genommen auf Medien, die in bestimmten Ländern angesiedelt sind, wie italienische Medien berichten oder ähnliches. Wir finden aber auch sowas wie hier Berichterstattung, etwas, was in den Medien zu lesen oder zu hören ist. Dann finden wir auch sowas wie elektronische Medien, Medien der Telekommunikation, unabhängige Medien oder auch hier sowas wie Landeszentrale. Wir sehen also, es gibt verschiedenste Verwendungsweisen. Das machen nun Wörterbuchredaktionen, die scannen dann solche Kollokationsprofile, schauen sich Belege an und versuchen dann Lesarten zu erfassen, manchmal auch Lesarten auseinanderzuhalten. Und genau das macht auch DWDS. Da werden dann auf dieser Grundlage Wörterbucheinträge formuliert und im Fall vom Medium umfasst das verschiedene Sub-Einträge, sogenannte Lesarten. Erstens Medien meist im Plural. Dann ist damit gemeint, eine Institution mit organisatorischem technischem Apparat zur Vermittlung von Informationen, Meinungen, kulturellen Inhalten oder ähnliches. Das heißt, es geht um eines der Massenkommunikationsmittel Fernsehen, Rundfunk, Presse und auch Internet. Ja, also so benutzen wir das auch im Alltag, wenn wir sagen, es ist doch jetzt vielfach in den Medien die Rede von XY gewesen. Damit meinen wir dann genau solche Institutionen, welche eben Informationen, Meinungen, kulturelle Inhalte und so weiter vermitteln. Fernsehsender, Rundfunkstationen, Zeitungen, Internetseiten wie Spiegel Online und so weiter. Wir haben dann aber auch sowas hier. Medium als ein sinnlich wahrnehmbares und formgebendes Mittel der Darstellung und Vermittlung von Informationen, Meinungen, kultureller Schöpfungen. Wir kennen das von Künstlerinnen und Künstlern, die eine bestimmte Idee haben, etwas, was sie künstlerisch umsetzen, ausdrücken möchten. Und dann sagen wir manchmal, dass ein Künstler sich für das Medium der Fotografie entscheidet oder für das Medium des Siebdrucks oder ähnliches. Damit ist natürlich da einerseits eine Technik gemeint, aber eben auch eine bestimmte Art und Weise, wie man etwas zur Darstellung bringen kann, wie man dann auch seinem künstlerischen Konzept eine gewisse Form geben kann, damit es dann sinnlich wahrnehmbar wird. Schließlich finden wir noch als dritte Lesart die hier. Damit ist es als Medium bezeichnet ein materieller Datenträger, auf dem Daten gespeichert werden. Sie kennen das ja alle, wenn Sie USB-Sticks einfach so, ohne ihn vorher auszuwerfen, mal entfernen. Dann kommt dann immer dieser Warnhinweis, Speichermedium wurde entfernt. Ja, und genau das ist damit gemeint. Also USB-Sticks. Vielleicht kennen Sie noch so etwas wie CD-ROMs oder vielleicht kennen Sie sogar noch Disketten, mit denen ich als Kind groß geworden bin. Genau. So, aber im Wesentlichen wollen wir uns in der Linguistik mit den ersten beiden Lesarten beschäftigen. Und die finden sich auch tatsächlich in der linguistischen Terminologie wieder. Wir haben nämlich eigentlich zwei verschiedene Medienbegriffe, die auch eine unterschiedliche Reichweite haben. Der engere Medienbegriff, der auch sehr eng anschlussfähig ist an unser alltagssprachiges Verständnis von den Medien, wäre dieser hier. Da werden Medien definiert als technische Hilfsmittel der Kommunikation. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass wir Medienkommunikation in einen Gegensatz denken zur Face-to-Face-Kommunikation. Ja, also ich kann mich mit Ihnen ganz normal in Präsenz treffen. Wir sitzen uns gegenüber und unterhalten uns. Und wenn uns aber das nicht möglich ist, weil eine Pandemie herrscht zum Beispiel oder weil wir zu weit weg sind, weil ein Ozean zwischen uns ist oder ähnliches, dann müssen wir technische Hilfsmittel nutzen, um Kommunikation trotzdem möglich zu machen. Oder wenn ich nicht nur mit einer Person sprechen möchte, sondern gleich mit der ganzen Bevölkerung eines bestimmten Landes. Auch das geht dann nicht mehr Face-to-Face. Auch dann müssen wir solche Hilfsmittel verwenden. Ja, und typische Medien wären dann sowas wie Brief, Radio und in neuerer Zeit sowas wie WhatsApp zum Beispiel, Messenger-Dienste, Matrix und so weiter und so fort. Das wäre also ein Medienbegriff. Und wenn wir Medienlinguistik meinen, dann meinen wir meistens auch das hier. Ja, da schauen wir uns an Sprachgebrauch mit Hilfe solcher technischen Medien. Es gibt aber noch einen anderen Medienbegriff, der sehr viel umfassender ist, den zum Beispiel Schneider vertritt. Da werden Medien definiert als sozial konstituierte Verfahrensformen von Zeichen, die durch das materielle Substrat mitkonstituiert werden. Das klingt sehr abstrakt, aber es wird hoffentlich klar, wenn ich dieses Beispiel hier mal bringe. Da machen wir uns klar in dieser Mediendefinition, dass wir immer, wenn wir kommunizieren, wir auf Zeichen, auf sinnlich wahrnehmbare, das heißt materiell gebundene Zeichen zurückgreifen müssen. Es sei denn, wir kommunizieren mittels Telepathie, was uns aber, die wir keine Engel sind, leider nicht gestattet ist, nicht möglich ist. Also wir benutzen Zeichen und die Zeichen müssen also notwendigerweise auf ein materielles Substrat zurückgreifen. Und dann ist zum Beispiel allein schon Mündlichkeit auch schon eine Form von Medialität oder Schriftlichkeit. Wir müssen uns entscheiden, verwenden wir unsere Stimme als Zeichenträger gewissermaßen, verwenden wir sowas wie Körperbewegungen, verwenden wir schriftliche Zeichen und deswegen allein schon Mündlichkeit, Schriftlichkeit oder auch Körperlichkeit als Formen von Medialität. Ja, und das ist deswegen überzeugend dieser Gedanke, weil je nachdem, was wir für ein Medium wählen, wir natürlich auch den Inhalt dadurch ganz maßgeblich beeinflussen. Es ist etwas anderes, ob sie eine Vorlesung lesen oder ob sie sie hören. Es ist etwas anderes, ob sie mein Gesicht dabei sehen oder ob sie tatsächlich nur aufs Auditive beschränkt sind. Und das Ganze können wir jetzt mal anschließen an dieses schöne Zitat von Ferman Linz. Insofern ist auf der Ebene der vermeintlich unmittelbaren Face-to-Face-Kommunikation keine neutrale Stimme, Geste, Blickausrichtung oder Körperhaltung geben kann, ebenso wenig wie es eine neutrale von ikonischen, typografischen und paratextuellen Dimensionen befreite Schrift gibt, nutzt jede Kommunikationsform den Raum mehrdimensionaler medialer Bezugnahmen. Wir bewegen uns nicht erst mit technisch vermittelter Kommunikation, sondern mit jeder sprachlichen Äußerung in und zwischen Medien. Ja, also da wäre auch schon ein Face-to-Face-Gespräch medial geprägt, weil wir eben auf Stimme, auf Gestik, auf Mimik und so weiter zurückgreifen. Aber machen wir es uns nochmal klar an diesem Beispiel gerade hier, die Vorlesung. Ja, ich versuche, wenn ich spreche, deutlich zu artikulieren und auch einen einigermaßen warmen, freundlichen Tonfall zu wählen. Genauso versuche ich auch Blickkontakt aufzunehmen mit der Kamera und sie ab und zu mal anzuschauen, auch manchmal ein Lächeln einzubinden, wenn ich einen Witz mache. Ich sitze hier aufrecht und fleht es mich hier nicht irgendwie so hin. Und dann habe ich auch noch die Slides, auf denen ich ja auch Schrift verwende und das Ganze auch in einer bestimmten Schriftart, manchmal auch mit Spiegelstrichen. Und all das prägt natürlich die Inhalte. Ja, ich könnte theoretisch auch einfach nur das Skript der Vorlesung als E-Mail schicken, als ein fortlaufender Text. Dann wäre der Inhalt auf eine Art irgendwie der gleiche, aber irgendwie auch natürlich überhaupt nicht. Ja, je nachdem, für welches Medium wir uns entscheiden oder für welche Medien prägen wir natürlich auch den Inhalt der Vorlesung und das, was bei Ihnen sozusagen ankommt. Das heißt, wir können festhalten mit Jäger, Medien vermitteln, nicht nur. Das ist so ein bisschen die Etymologie, ja, Medium als Vermittlung, als ob etwas, als ob sozusagen ein Sinn schon in meinem Kopf ist und er soll in Ihren Kopf hinein. Und damit das funktioniert, muss es irgendwie über Medien vermittelt werden, also gewissermaßen nur transportiert werden. Hier wäre die Idee, dass Medien auch Bedeutung konstituieren. Sie haben gewissermaßen einen Eigensinn und es ist eben für die Bedeutung und für den kommunikativen Gehalt etwas anderes. Ob ich schreibe, spreche, wie ich schreibe, wie ich spreche, ob ich nur auf einen ganz simplen, fortlaufenden Text zurückgreife oder ob ich ihn aufwendig, typografisch gestalte, das auch das Auge gewissermaßen mitliest. All das ist bedeutungskonstituierend und in diesem Sinne verwenden wir auch in der Linguistik so einen erweiterten Medienbegriff. Warum nun also brauchen wir eigentlich sowas wie eine Medienlinguistik? Um jetzt nochmal an die beiden Verwendungsweisen von Medien anzuschließen, könnte man sagen, naja, Medienlinguistik ist also diejenige Linguistik, die sich mit Sprachgebrauch in und mittels technischer Medien beschäftigt. Das wäre der enge Medienbegriff. Wir könnten natürlich auch theoretisch sagen, wenn jede Art sprachliche Äußerung auf Medien zurückgreift, dann ist eigentlich Linguistik immer notwendigerweise Medienlinguistik. Naja, könnten wir machen, dann wäre es aber irgendwie witzlos. Also wir müssten schon sagen, naja, wenn die Medialität als solche eigens thematisiert wird, dann betreiben wir Medienlinguistik. Aber meistens ist es eben doch so, wenn Sie eine Einführung in die Medienlinguistik kaufen oder wenn Sie ansonsten in einem Vortrag hören, ein medienlinguistischer Zugang oder so, dann ist meistens eben doch die Schnittstelle gemeint von Medienwissenschaft und Linguistik. Und es geht dann meistens eben doch um solche technischen Hilfsmittel, sprich sowas wie Sprache in der Presse, im Fernsehen, im Internet und so weiter. Ja, und wir wollen uns heute also vor allem mit Massenmedien beschäftigen. Und warum es nun eine Medienlinguistik gibt, das ist schnell erklärt, denn Massenmediale Texte sind natürlich gesellschaftlich besonders einflussreich und sind auch geradezu im Überfluss vorhanden und analysierbar. Denken Sie nochmal an das Kollokationsprofil gerade zurück. Da haben Sie ja gesehen, das Korpus, was dem zugrunde liegt, ist ein Pressekorpus. Also eigentlich finden wir hier eine bestimmte Form von medialem, von Massenmedialem Sprachgebrauch, der hier abgebildet ist. Und das ist vielfach so, das deutsche Referenzkorpus besteht auch im Wesentlichen aus Pressetexten und dass aber solche Pressetexte auch so stark berücksichtigt werden in der Lexikografie, ist auch nicht von ungefähr. Also es gibt den praktischen Grund, es gibt einfach viel, viel Material ist da, es ist leicht auszuwerten, aber natürlich sind solche Sachen auch einflussreich. Also wenn Sie bei sich im Wohnzimmer mit Ihrer Mitbewohnerin reden, ist es das eine, aber wenn die Bundeskanzlerin über ihren Podcast Botschaften verbreitet und alle Mediestationen in Deutschland darüber berichten, dann ist es doch nochmal was anderes und hat das einen anderen Einfluss. Und wenn wir uns also in der Linguistik auch dafür interessieren, wie Sprach und Gesellschaft sich wechselseitig bedingen, dann ist es immer sinnvoll, nicht der einzig mögliche Weg, aber ein auf jeden Fall sinnvoller Weg, das Ganze am Beispiel von medialem Sprachgebrauch zu tun. Wir können auch, wenn wir sprachhistorisch argumentieren, uns klar machen, dass massenmediale Texte auch wichtige Katalysatoren des Sprachwandels sind. Das heißt, wenn wir Sprachgeschichte schreiben wollen, müssen wir eigentlich immer auch Mediengeschichte betreiben. Denken Sie an so etwas wie Buchdruck. Sie kennen das alle, welche maßgeblichen Einflüsse die Erfindung des Buchdrucks hatte für die Herausbildung des Standarddeutschen zum Beispiel. Aber auch jetzt in jüngerer Zeit, dass wir jetzt mithilfe elektronischer Medien im Internet, mithilfe digitaler Medien, sozialer Medien schreiben und zwar so viel schreiben wie noch nie zuvor. Auch das bringt neue Formen hervor und verändert Sprache laufend. Und auch das kann also ein Argument sein für eine Medienlinguistik. Und schließlich sind Massenmedien natürlich ganz wichtige gesellschaftliche Domänen, die einen ganzen eigenen Haushalt an Textsorten und Gattungen mit sich bringen. Haushalt ist hier eine Metapher, die auf Thomas Luckmann zurückgeht, der kommunikative Haushalt einer Gesellschaft, also das ganze Arsenal an Textsorten, was wir zur Verfügung haben. Und schauen wir uns nur mal diese Liste hier an. Leitartikel, Interview, Polit-Talkshow, Werbespot, TV-Magazin, TV-Duell, Reality-Show, Pressekonferenz, Pressemitteilung und so weiter und so fort. Das sind alles Medienformate natürlich, die wir aber auch natürlich in ihren sprachlichen, kommunikativen Besonderheiten beschreiben können. Und die sind uns alle vertraut. Sie alle wissen ungefähr, wie ein Leitartikel aussieht. Sie wissen alle, wie ein Interview aussieht. Sie haben alle eine Vorstellung davon, was eine Reality-Show auszeichnet. Und wenn wir also das Textsortenwissen in einer Gesellschaft abbilden wollen, dann kommen wir um solche massenmedialen Textsorten einfach nicht drumherum. Und das ist also das Spielfeld der klassischen Medienlinguistik. Ich möchte das mal an einem Beispiel klar machen. Schauen wir uns an, wie geht man jetzt im Konkreten vor, wenn man so ein mediales, massenmediales Artefakt, wie wir sagen können, also hier in diesem Fall ein Video, analysieren möchte. Das ist ein Anne-Will-Ausschnitt, der schon ein bisschen älter ist, aber man kann einfach sehr viel dran zeigen. Gucken wir doch mal rein. Aus Berlin. Das Thema bei Anne Will. Die Bremer Asylaffäre. Systemfehler oder Einzelfall? Guten Abend. Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei uns live in Berlin an einem schönen Sommerabend, dem ein Tag zuvor gegangen ist, der interessante Eindrücke gebracht hat, nämlich Bilder, die zeigen, wie gespalten Deutschland offensichtlich, zumindest in der Flüchtlingsfrage ist. Auf der einen Seite rund 5000 Menschen, die mit der AfD gegen die Flüchtlingspolitik und wie sie behaupten, damit für Deutschland demonstrieren. Und auf der anderen Seite fünfmal so viele Menschen, 25.000, die auch für Deutschland und zwar für ein weltoffenes und tolerantes Deutschland demonstriert haben. So gespalten das Land, aber so fatal, dass sich ausgerechnet die zentrale Behörde in der Frage, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, massiven Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt sieht. Darf das wahr sein? Und was muss sich da bitte jetzt ganz schnell ändern? Dazu sind bei uns der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stefan Mayer von der CSU, der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius ist da von der SPD, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, der Fraktions- und Parteivorsitzende der AfD, Alexander Gauland und Christine Adelhardt vom NDR, die den Bremer-Bamm-Fall federführend recherchiert hat. Herzlich willkommen Ihnen allen. Am Dienstag wird sich der Innenausschuss des Deutschen Bundestages mit den Vorgängen in... Okay, nur mal bis hier. Schauen wir es mal an. Wir finden hier zuerst aus dem Off, live aus Berlin, das Thema bei Anne Will, die Bremer. Also wieder fähre sich ein bisschen ein Einzelfall. Ja, und dann übernimmt hier Anne Will und... äußert zunächst mal eine Begrüßung. Ja, das kennen wir aus der Gesprächsanalyse, dass Kommunikationszusammenkünfte meistens mit Begrüßungen eingeleitet werden. Wir finden hier Guten Abend, Hallo zusammen. Und Sie haben gesehen, sie spricht zunächst in die Kamera und spricht also die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernsehen an. Genauso aber gibt es ja auch Stadion, äh, nicht Stadion, ähm, Studiopublikum und die Talkgäste selbst. Und auch die werden natürlich auf eine Art adressiert. Ja, und dann wird dann hier zunächst berichtet, ähm, dass die Geschehnisse, ähm, die Anlass bieten, ähm, für die, ähm, für den eigentlichen Inhalt oder das eigentliche Thema der Sendung. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, die Bremer Asylaffäre, da hieß es, dass eben massiv, ähm, Asylanträge gefälscht worden seien. Ähm, es ist gar nicht so lange her, da ist das Verfahren eingestellt worden wegen, wegen Mangels an Beweisen, ja. Also da ist eine Riesenaffäre aufgeblasen worden, ähm, und am Ende ist davon nichts übrig geblieben, ja, aber das nur am Rande. Ähm, wir sehen dann hier, dass die Demonstrationen geschildert wird und auch die Gegendemonstrationen und deren, ähm, Anliegen. Wir finden hier interessante Rahmungen, ähm, gegen die Flüchtlingspolitik und, wie Sie behaupten, für Deutschland demonstrieren. Also hier wird eine fremde Meinung wiedergegeben, aber auch als eine fremde Meinung sozusagen distanzierend markiert. Ja, und dann schauen Sie mal hier so gespalten, das Land aber so fatal, dass sich ausgerechnet, auch hier wird dann wieder aus einer bestimmten Perspektive heraus formuliert, Das hier ist interessant. Darf das wahr sein? Und was muss sich, ähm, da bitte jetzt ganz schnell ändern? Hier kann man ja wieder fragen, wer spricht hier eigentlich? Spricht hier, ist es Anne Wills Meinung? Die, ähm, fragt sie sich selber, darf das wahr sein? Und was muss sich da bitte jetzt ganz schnell ändern? Oder spricht sie gewissermaßen für ein Publikum stellvertretend? Wer ist dieses Publikum? Ja, also hier gibt's, wenn man genau reinschaut, schon, ähm, in diesem sehr kurzen Ausschnitt eine ganze Reihe von wirklich sehr interessanten Perspektiven wechseln und überhaupt sowas wie eine Multi-Perspektivik und auch eine Multi-Adressierung. Ja, und dann werden dann die Leute, ähm, willkommen geheißen und dann herzlich willkommen Ihnen allen. Eingangs wurden ja das Studiopublikum begrüßt und auch die Leute vor den Fernsehern. Und hier dann nochmal im Besonderen die einzelnen Talk-Gäste. Ähm, das nur ein erster kurzer Einblick, damit Sie was im Hinterkopf haben, wenn ich Ihnen jetzt hier, ähm, mal diese ganz grundlegende Frage erstmal, ähm, aufschreibe. Wir können uns fragen, wer spricht hier eigentlich und in wessen Namen spricht eigentlich hier die Person? Natürlich, wir können sagen, Anne Will spricht, ja, sie macht den Mund auf und sie produziert, ähm, die Schallwellen, ja, aber trotzdem können wir vielleicht die Frage nochmal ein bisschen abstrakter fassen. Dann können wir sagen, nicht nur Anne Will spricht. Und wer sind eigentlich die RezipientInnen von den einzelnen Äußerungen? Und auch hier müssen wir Differenzierungen treffen, ja. Das, wie gesagt, als Hintergrund, ähm, um Ihnen was an die Hand zu geben, wenn ich Ihnen jetzt die Parameter der linguistischen Medienanalyse vorstelle. Denn wir können uns zunächst mal fragen, ähm, wer sind eigentlich die KommunikatorInnen massenmedialer Texte? Und hier hat es sich eingebürgert, mit Goffman zwischen verschiedenen Rollen zu unterscheiden. Wir haben den Animator, den Author und den Principal. Animator, ähm, wäre die den Text verlesende Person. Das ist Anne Will, ganz klar. Wir haben dann aber auch noch so was wie den Author. Und wir wissen jetzt nicht genau, wer den Text geschrieben hat, aber sicher ist, es war nicht nur Anne Will, sondern da gibt es ein Redaktionsteam, ähm, was, ähm, gerade auch diese Moderationstexte vorbereitet und ihr diese Kärtchen ausdruckt, ähm, und insofern ist Anne Will nicht alleiniger Author dessen, was sie hier sagt. Und dann haben wir noch so was wie Principal. Ähm, wir können sagen, natürlich Anne Will. Muss gerade stehen und wir finden auch immer wieder Skandale, ja, ähm, wenn jetzt, ähm, Fernsehkommentatoren im Fußball sich rassistisch oder sexistisch äußern, dann werden die gefeuert. Insofern sind sie natürlich verantwortlich für das, was sie sagen, aber auch die Sender, die das Ganze, ähm, platzieren, die, die Verträge ausstellen und so weiter, haben natürlich auch eine Mitverantwortung. In dem Fall hier die ARD, auch die wäre hier eine, den Text verantwortende Instanz, die Redaktion, aber dann eben auch der ganze Sender, die ARD oder vielleicht sogar die Öffentlich-Rechtlichen. Soweit könnten wir vielleicht auch gehen. Wir können uns dann fragen, wer sind eigentlich die Adressatinnen in Massen mit aller Kommunikation? So. Und wir haben gesehen, es gibt die Talkgäste, es gibt dann das Studiopublikum und es gibt dann noch im erweiterten Sinne die Zuschauerinnen. Und in Zeiten nicht-linearen Fernsehens sind es ja nicht nur die Leute, die aktuell gerade live das schauen, auch wenn es heißt live aus Berlin, sondern das sind eben auch die Leute, die die Streams, die die Mediatheken aufrufen. Also eine sehr diffuse, sehr weit ausgedehnte, auch fragmentierte Öffentlichkeit. Und wir finden hier was, was ganz typisch ist für Massenmedialen Sprachgebrauch, das, was wir Mehrfachadressierung nennen. Und wir können ja auch sehen, wie es immer wieder bestimmte Shifts gibt, wie wir sagen, bestimmte Wechsel in den Adressierungen. Mal spricht Anne Will das Studiopublikum an, mal die Talkgäste und mal die Zuschauerinnen ganz explizit in ihren Adressierungsformen, aber auch implizit bei so einer rhetorischen Frage wie, darf das wahr sein? Wir können dann unterscheiden zwischen verschiedenen Richtungen der Kommunikation. Wir haben den klassischen Fall in den Massenmedien, das ist Einwegkommunikation. Da ist einfach, also Tagesschau zum Beispiel, da ist einfach der Sprecher, der verliest den Text einfach 15 Minuten lang, alleine vor der Kamera sitzend zur großen Öffentlichkeit hin. Aber natürlich gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das Publikum einzubinden. Wir finden in Talkshows, dass manchmal dann der Talkmaster oder die Talkmasterin aufsteht und mit dem Mikrofon durch die Reihen geht und auch das Publikum darf dann mal was sagen. Wir finden in manchen Talkshows, dass es, dass Leute sich live in den, über die sozialen Medien zum Thema der Sitzung äußern können. Das wird dann auch möglicherweise eingebunden, ja, in der Talksendung Doppelpass beim Fußball gibt es ja Ruth Hoffmann, die immer liest, was gerade so auf Social Media diskutiert wird. Es gibt auch Call-In-Shows, wo also Menschen tatsächlich anrufen können live im Radio und im Fernsehen. Also das gibt es, sind verschiedene Möglichkeiten, das eigentlich monologische Formate ein bisschen dialogischer zu gestalten. Wir haben verschiedene raumzeitliche Konstellationen. Es gibt Live-Formate und es gibt auch Non-Live-Formate und auch interessante Hybrid-Formen. Sie wissen ja vielleicht, wer wird Millionär, wird nicht live gesendet, tut aber so, als wäre es live. Also es macht immer den Anschein, wenn es heißt Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo es tagsüber aufgezeichnet wird. Und es werden keine tagesaktuellen Referenzen untergebracht und es sieht aus wie in Echtzeit, obwohl es Pausen gibt. Ja, also hier so eine Hybrid-Form. Und wir haben verschiedene Abstufungen von Öffentlichkeit und Privatheit. Zunächst mal ist es so, massenliale Kommunikation ist immer auf eine Art öffentliche Kommunikation. Ja, also rein privat, was Sie in Ihrer Küche zu Hause oder im Schlafzimmer oder wo auch immer besprechen. Oder auch wenn Sie mit jemandem zu zweit im Park spazieren gehen, dann ist es private Kommunikation. Sobald Sie ein Selfie von sich nehmen und es auf Instagram stellen, ist es schon ein bisschen öffentlicher, je nachdem, was für eine Followerschaft Sie haben. Und spätestens dann, wenn Sie wirklich über die klassischen Massenmedien gehen, ist es vollends öffentlich. Aber trotzdem, auch da gibt es Abstufungen, denn wir finden interessante Fälle, dass auch in öffentlicher, massenlialer Kommunikation sowas wie Privatheit inszeniert wird. Ja, da gibt es ein ganzes Genre von Reality-Shows, sowas wie Frauentausch auf RTL 2 kennen Sie vielleicht noch, ja, wo also höchst private Kommunikation öffentlich inszeniert wird. Oder auch diese Home-Stories, die es auf MTVs manchmal gab, Crips oder wie das hieß. Und ein interessantes Format, das Sie vielleicht noch kennen, noch wenn es inzwischen nicht mehr gesendet wird, ist das hier, Domian. Domian, diese berühmte Late-Night-Call-In-Radiosendung, die auch im Fernsehen übertragen wurde, aber eben auch im Radio, fast jede Nacht unter der Woche live für ein paar Stunden. Und da konnten Menschen anrufen zu verschiedensten Themen, die im Wesentlichen Probleme hatten mit irgendwas. Und da sehr private Dinge auf einer öffentlichen Bühne besprochen haben. Ganz interessantes Phänomen. Gucken wir uns mal das an. Und hier ist Susi und Susi ist 46. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Susi. Schön, dass ich in deiner Sendung sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, ich hasse es, wenn man als Frau, wenn man ein bisschen mollig ist und abgelehnt wird. Ah, das passiert dir? Ja, oft. Darf ich fragen, wie mollig du bist? Sprich, wie viel du wiegst? Ich wiege 92. Ja. Ich bin 61 groß und man kann halt nicht sagen, okay, dass ich jetzt richtig dick bin und so, ja. Aber heutzutage stehen halt die Männer mehr auf Bügelbrettfiguren oder auf so Hungerhacken. Es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch Männer, die auf mehr mollige Frauen stellen. Ja. Gibt es auch. Da bin ich halt immer und vielleicht am verkehrten Ort. Manch. Wo findet man die Männer? Ja, ich gehe jeden Samstag fort. Ich gehe zwischendrin mal so fort. Ja. Ich bin jetzt seit acht Jahren alleine und... Seit acht Jahren alleine? Ja, ich bin alleinerziehende Mama von drei Kindern. Oh, dann hast du aber zu tun. Aber man lebt trotzdem. Meine Kinder sind schon groß. Wie alt sind die? 18, 13 und die Kleine wird jetzt am Sonntag 10. Naja, gut, da hast du ja auch noch mit zu tun. 13, 10. Ja, aber man möchte ja als Frau oder als Mama auch noch leben und man sehnt sich halt nach Liebe und Geborgenheit auch. Natürlich, natürlich. Wie merkst du das? Wie merkst du diese Ablehnung der Männer? Man merkt... Okay, nur mal soweit. Ganz klassisches Beispiel für eines dieser Gespräche, die da geführt werden in diesen Call-in-Shows. Und wir schauen uns hier nochmal das Transkript an. Die Person stellt sich zunächst vor. Entschuldigung, Domian stellt die Person vor. Er bekommt es dann eingeblendet auf seinem Prompter. Susi. Susi ist 46. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Susi. Diese klassische Gruß-Austausch-Sequenz, wie wir sie kennen. Dann gibt es hier dann noch so diese höflichen Floskeln, die ausgetauscht werden. Schön, dass ich an der Sendung sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ja, und dann ist es an der Reihe der Anrufenden zu sagen, was das Thema ist. Manchmal fragt Domian auch, was ist dein Thema? Aber sie kommt hier selber drauf. Ich hasse es, wenn man als Frau, wenn man ein bisschen mollig ist und abgelehnt wird. Und das passiert dir? Ja, oft. Und dann fragt er nach, wie mollig bist du? Sprich, wie viel du wiegst? Interessante Frage. Überlegen Sie sich mal, ob Sie diese Frage im Alltag gegenüber einer fremden Person so stellen würden. Wahrscheinlich nicht. Das macht man nicht. Das ist eine Art von Eindringen in die private Sphäre, ein zu nahe Treten, wie wir sagen können, wie es eigentlich überhaupt nicht geduldet wäre. Wie es sanktioniert oder auch tabuisiert wäre. Aber interessanterweise ist es hier möglich. Und zwar nicht, weil es niemand mitbekommt. Ganz im Gegenteil. Sondern da hören sehr, sehr viele Menschen zu. Ja, also es ist auf eine Art höchst private Themen, die hier verhandelt werden, aber dennoch auf einer offenen, öffentlichen Bühne. Ja, es geht dann auch hier. Sie berichtet dann weiter. Sie ist alleinerziehende Mama, ja, und geht seit acht Jahren fort und so weiter. Und Domian fragt immer nach. Also er möchte noch mehr Informationen haben, um das Bild zu kompletieren. Und sie sagt dann hier nochmal, man sehnt sich halt nach Liebe und Geborgenheit. Und Domian fragt dann weiter nach. Wie merkst du diese Ablehnung der Männer? Und wir finden hier also Dinge, wie wir sie eigentlich auch aus freundschaftlichen Gesprächen kennen würden. Also wenn wir mit unserem besten Freund, unserer besten Freundin merken, dem, um der geht es nicht gut. Und wir versuchen da mal zu hören, ja, was bedrückt dich denn? Dann haken wir nach und so weiter. Also wir kennen solche Gespräche schon, aber eigentlich, wie gesagt, im aller, aller privatesten Raum. Und hier aber interessanterweise eben auf einer öffentlichen Bühne. Und das ist zunächst mal ein Widerspruch, der aber ganz typisch ist für dieses Format. Und jetzt könnte man sich eben anschauen, wie wird eigentlich vermittelt zwischen diesen divergierenden Anforderungen sozusagen. Und wir finden hier zum Beispiel das, was es auszeichnet, speziell dieses Format, ist, dass wir hier auch bestimmte formatspezifische Gesprächsmerkmale haben. Also die Sendung wird thematisiert. Ich freue mich, dass es in einer Sendung sein darf. Was wir ja sonst nicht machen würden, wenn wir sonst im Alltag sind. Es hat einen ganz klaren Interviewcharakter. Also es ist Domian, der Fragen stellen darf und auch muss. Und die Anrufende gibt Auskunft. Und es kann nicht einfach die Anrufende, die Rollen umdrehen und anfangen, Domian zu befragen. Domian, wie viel wiegst du eigentlich? Domian, wann hast du zuletzt jemanden in der Disco abgeschleppt oder ähnliches? Das würde im Privaten vielleicht gehen, dieser Rollentausch. Hier ist es nicht möglich. Da sind die Rollen ganz klar verteilt. Aber dennoch haben wir eben hier Merkmale, die wir aus privaten Beratungsgesprächen oder Aufbaugesprächen sozusagen kennen. Also solche Praktiken, die ich mal hier etwas salopp als Ausheulen bezeichnet habe. Und umgekehrt Praktiken des Aufbauens. Und wie sich genau solche Merkmale miteinander verschalten, miteinander verketten. Das wäre ein interessanter Untersuchungsgegenstand für so eine medienlinguistische Analyse von Call-in-Shows. Und genau dazu ist auch schon Forschung vorgelegt worden. Ich möchte noch das Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit noch in einem anderen Beispiel weiter thematisieren. Nämlich diese wunderbare Formulierung, wer mich kennt. Das ist eine Formulierung, die Ihnen vielleicht schon mal begegnet ist, dass mehr oder minder prominente Personen das sagen in Interviews. Wer mich kennt, der weiß und so weiter. Und hier habe ich einen Artikel gefunden, wo es heißt, wenn ein Satz so beginnt, kommt ein sehr beliebter Trick zum Einsatz. Gerade Politiker wenden ihn an, er soll sie nahbar und zugleich unerreichbar machen. Also nahbar, irgendeine Form von Einblick ins Private, aber dennoch unerreichbar, weil es ja immer noch eine öffentliche Person, die hier spricht. Und dieses Spannungsfeld von nahbar und unerreichbar, wie das sprachlich funktioniert, das wollen wir uns angucken. Gehen wir noch mal weiter in diesem Artikel, der im SZ-Magazin erschienen ist. Da heißt es hier, noch wichtig ist allerdings, dass man Leute kennt, die einen kennen. Und zwar nicht nur von Weitem, vom Sehen bewundern oder kritisieren, sondern wirklich. Leute, die wissen, wie es ganz tief drinnen aussieht, dort, wo das wahre Ich sitzt. Die wissen, dass Markus Söder keinesfalls so skrupellos ist, wie die Medien annehmen. Dass der wahre Toni Kroos, als er zu einem zahlungskräftigeren Verein wechselte, nur eine neue persönliche Herausforderung suchte. Und dass der Vorstandsvorsitzende der kriselnden Deutschen Bank, John Cryan, eine ganz ehrliche Haut ist. Ja, also so wird hier die Formulierung beschrieben. Ich habe mich total gefreut, als ich diesen Artikel gefunden habe, weil ich nämlich selber meine Forschungsarbeit gemacht habe zu dieser Formulierung. Wer mich kennt, der weiß. Mit meinem Kollegen Stefan Hauser aus Zürich zusammen. Und was hier feuilletonistisch, glossenhaft beschrieben wird, deckt sich ziemlich genau mit unseren Analyseergebnissen. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, unsere Studie. Aber zunächst mal zwei Beispiele aus dem Korpus, mit denen wir gearbeitet haben. Es sind Interviewauszüge, einmal mit dem Hamburger Bürgermeisterkandidaten Ahlhaus und dann einem Berner Lokalpolitiker. Da heißt es hier im Hamburger Abendblatt in der Interviewfrage, bereuen Sie den Glamour-Auftritt mit Ihrer Frau in der Zeitschrift Bunte? Da hat er so eine Story gemacht, wo er sich bei so einem Gala-Dinner oder so ähnlich hat ablichten lassen. Und dann sagt er, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein bodenständiger Typ bin. Ich bin kein Glamour-Mensch, der abgehoben Schlossatmosphäre demonstrieren will. Ich will ein Bürgermeister zum Anfassen sein. Hier haben wir genau diesen Wunsch nach Nahbarkeit. Und das Problem war, wenn man sich in einem Schloss in so einer Glamour-Atmosphäre fotografieren lässt, dann hat man eben, geht man in den Verdacht, eben gerade nicht nahbar, sondern abgehoben zu sein. Und das wird hier bestritten und dann gerechtfertigt mit der schönen Formulierung, wer mich kennt, der weiß. Und ein ganz ähnliches Beispiel, man sagt Ihnen nach, ein spielerischer Typ zu sein. Einer, der die Dinge mit großer Leichtigkeit angeht, aber auch mal mit zu wenig Ernst. Und Chappert sagt, ich wirke nach außen hin sicher als einer, der es spielerisch und locker nimmt. Aber wer mich kennt, der weiß, dass man diesen Eindruck nicht einfach eins zu eins auf mein Inneres übertragen kann. Also wir haben auch hier wieder den Widerspruch zwischen der äußeren Wirkung und dem, wie jemand tatsächlich ist. Und dieses Tatsächliche soll eben besonders bestätigten, also sozusagen der wahre Kern, beschrieben werden. Interessant, dass das hier heißt, dass das Innere, also der äußere Ausgangsspricht nicht dem inneren Wesenskern sozusagen. Okay, was haben wir also gemacht in unserer Studie? Wir haben uns Presseinterviews angeschaut, in denen die Formulierung, wer mich kennt, der weiß, vorkommt. Wir haben über 340 Stück gefunden. Sie sehen, die meisten kommen aus Sport und Politik, ein paar wenige auch noch aus Kultur und noch weniger aus Wirtschaft, aber vor allem eben Sport und Politik. Und was wir versucht haben zu zeigen oder was wir herausgearbeitet haben nach Sichtung der Belege, ist, dass, wer mich kennt, der weiß, eine routinehafte Formulierung ist, die eine Funktion hat, nämlich das öffentliche Image mit der wahren Persönlichkeit hinter den Kulissen zu kontrastieren. Man gibt also gewissermaßen zu, ja, es mag ja sein, dass ich so wirke. Das ist, ich gebe zu, mein öffentliches Image ist so. Man gibt also so ein bisschen Recht der Kritik. Man erwidert das aber, indem man sagt, in Wirklichkeit bin ich anders. Ja, und das Ganze haben wir festgestellt, ist vor allem eine Rechtfertigungsstrategie, denn typischerweise wird es im Anschluss an kritische Fragen geäußert. Wir sind also sequenzanalytisch vorgegangen und haben uns im Sinne der Gesprächsanalyse nicht nur für die Antwort interessiert, sondern wir wollten immer auch wissen, welcher Art sind die Fragen, auf die so geantwortet werden kann. Dann haben wir eben ein typisches Muster gesehen, ein typisches Adjacency-Pair-Muster, nämlich Vorwurf und Rechtfertigung. Aber gucken wir uns nochmal die Vorwürfe an, denn auch die Vorwürfe sind auf eine interessante Art und Weise formuliert. Da heißt es nämlich, man sagt ihnen nach, ein spielerischer Typ zu sein. Und dann sagt Chepet, wer mich kennt, der weiß. Also immer heißt es so, da gibt es Leute, die sagen und dann sagt Chepet, ja und da gibt es aber auch andere Leute, die könnten sie auch fragen und die würden sagen, dass es ganz anders ist. Also immer dieser Bezug auf, es gibt da so Leute, das ist ganz entscheidend. Das haben wir als einen ganz sich durchziehenden roten Faden gefunden in unserer Analyse. Wir haben also gesehen, Kritik wird typischerweise gerade nicht direkt formuliert. Es heißt hier nicht, sie sehen die Dinge, sie gehen die Dinge mit großer Lockerheit an. Sie gehen die Dinge mit zu wenig Ernst an. Es heißt auch nicht, sie haben aber einen ganz schön peinlichen Glamour-Auftritt dahin gelegt. Sondern nein, es heißt dann sowas wie, die Leute waren irritiert über ihren Glamour-Auftritt oder ähnliches. Also die Kritik wird nur referiert. Und dementsprechend wird die Kritik auch von den Interviewten wiederum nicht direkt zurückgewiesen, sondern auch nur indirekt, indem dann auch wiederum potenzielle Zeugen angeführt werden. Und das Ganze entspricht dem, was in der Mediendinguistik als neutralistische Strategie beschrieben worden ist. Was sind neutralistische Strategien? Sie kennen das Wort neutralistisch vielleicht noch nicht. Sie kennen natürlich den Begriff der Neutralität. Und sie kennen auch alle die Idee, die Anforderung des Ideals, dass Medien neutral berichten sollen. Also sich nicht zu sehr auf die eine oder die andere Seite schlagen sollen. Also wenn sie nicht gerade ein Blatt sind, was ein Parteiorgan ist oder so, das gibt es ja auch. Aber eine neutral berichtende Presse sollte eben genau das tun, neutral berichten. Und sollte auch möglichst objektiv berichten. Es gibt aber verschiedene Anforderungen, bestimmte verschiedene Arten, wie man das Ideal der Objektivität deuten kann. Wir können erwarten von Medien, dass sie unparteilich sind und dass sie ausgeglichen berichten. Und das erwarten wir, dass mal die eine und auch die andere Seite gehört wird und dass sie das Ganze neutral darstellen, aber sich nicht zu sehr auf die eine oder die andere Seite schlagen. Zum anderen ist es aber auch so, wenn wir von objektiver Medienberichterstattung sprechen, dass wir eben auch erwarten, dass dennoch die Vielfalt der Meinungen auch tatsächlich Eingang findet in die Medienberichterstattung. Auch das macht man Medien zum Vorwurf, wenn sie das unter den Tisch fallen lassen, dass es widerstreitende Meinungen gibt. Und wir erwarten auch von Medien, dass auch die Kontroversen abgebildet und auch auf eine Art weitergetragen und prozessiert werden in der Medienberichterstattung. Und diese beiden Formen von Objektivität sind nur bedingt miteinander verträglich. Also wenn wir versuchen, maximal ausgeglichen zu sein, dann bleibt kein Platz mehr für Kontroversen. Wenn wir versuchen, möglichst viele Meinungen abzubilden und möglichst viel Kontroverse auch zu befeuern und dem Raum zu geben, dann wird es möglicherweise schwierig, noch komplett unparteilich und komplett ausgeglichen zu sein. Und die Idee ist nun, dass Journalistinnen und Journalisten auf diese Problematik reagieren, indem sie nicht neutral berichten, weil es sowieso nicht möglich ist, vollends neutral zu sein, sondern dass sie neutralistisch berichten. Ja, also wir haben eine bestimmte Strategie, die sich eben Neutralismus nennt, anstatt komplett neutral zu sein. Und da gibt es bestimmte Techniken, auf die Journalistinnen und Journalisten zurückgreifen. Und eine ganz grundlegende Technik, die wir nachlesen können bei Clayman Heritage, ist diese hier. Wenn du Wertungen vornimmst, kannst du das tun, aber bitte in Form von Zitaten. Also werte nicht selbst, sag nicht. Zepet oder Mario Gomez war ein Beispiel in unserem Aufsatz. Mario Gomez ist arrogant. Im Interview heißt es nicht, warum sind sie eigentlich so arrogant? Sondern bringe, wenn du so einen Vorwurf formulieren willst, das in Form eines Zitats vor. Dann heißt es dann, bei vielen Fans gelten sie als arrogant oder ähnliches. Und das Interessante ist nun, dass die Wer mich kennt, der Weiß-Strategie, die ja auch sozusagen mit fingierten Zitaten arbeitet. Wer mich kennt, der Weiß heißt ja so viel wie, wer mich kennt, der wird bestätigen können, dass ich in Wirklichkeit ganz anders bin. Das spiegelt sozusagen das neutralistische Spiel der Interviewenden. Und deswegen ist es sozusagen Entgeben und Nehmen im Spiel zwischen Journalistinnen und den Interviewten. Beide fahren ihre neutralistischen Strategien und in diesem Umfeld kann sich dann so eine Formulierung, wie wer mich kennt, der Weiß, zur Routineformel etablieren. Das heißt, wir können sagen, Neutralismus ist eine medienkulturell etablierte, und dann haben wir formuliert, eine interaktive Ko-Konstruktion von Journalistinnen und Interviewten. Beide Akteursgruppen sind gleichermaßen daran beteiligt, dass neutralistische Strategien gelingen in der Art und Weise, wie sie das tun. Das sind also ganz kurz die Ergebnisse unserer Studie. Ich stelle es Ihnen gerne zur Verfügung über die E-Learning-Plattform. Können Sie bei Interesse gerne mal reinlesen. Jetzt gucken wir nochmals zurück in den Ausschnitt von Anne Will. Dort hatte ich ja hier am Ende, oder so gegen Ende hieß es dann hier in dieser Passage, so fatal, dass sich ausgerechnet die zentrale Behörde, Missbrauchsverwürfen ausgesetzt wird. Darf das wahr sein? Und was muss ich da jetzt bitte ganz schnell ändern? Wir hatten ja hier die Frage gestellt, wer spricht hier eigentlich? Ist das, können wir uns jetzt mal kritisch fragen, ist das eigentlich eine neutrale Formulierung? Oder steckt hier auch schon eine Wertung drin? Sowas wie, darf das wahr sein? Was muss ich da bitte jetzt ganz schnell ändern? Hier sehen wir jetzt also schon ein bestimmter Vorwurf schon formuliert. Hier werden gewisse Appelle auch schon vorgebracht. Und insofern werden hier natürlich auch schon Wertungen vorgenommen. Und das Ganze aber doch gerahmt. Es ist nicht eindeutig als Zitat erkennbar gemacht. Im Sinne von, dass hier sagt, die Leute draußen fragen sich, ob das wahr sein darf. Aber trotzdem spricht hier gewissermaßen Anne Will mit, wie soll man sagen, mit Volkes Stimme, könnte man sagen. Und auch das ist also eine Form, wie hier solcher Neutralismus untergebracht wird. Und hier vielleicht auf eine weniger klare und vielleicht auch eher ein bisschen problematischere Art und Weise. Aber prinzipiell müssen wir uns klar machen, dass kein Sprechen Realität objektiv abbilden kann. Also auch wenn wir von Medien das erwarten mögen, dass sie neutral berichten, wirklich vollumfängliche Neutralität und Nicht-Perspektivierung ist einfach unmöglich. There is no view from nowhere, so haben das mal Irvine Gall formuliert. Und Schmitz formuliert das so. Kein Bild mag die Wirklichkeit so zu zeigen, wie sie tatsächlich ist. Jede Darstellung erhält Deutung, Perspektive, Stellungnahme, auch Konstruktion und Erfindung. Das ist aus seiner Einführung in die Medienlinguistik entnommen, dieses Zitat. Und bezieht sich tatsächlich auf massenmediale Berichterstattung. Und das muss man sich klar machen, dass wir immer, wenn wir Sachverhalte versprachlichen, wir uns für eine bestimmte Perspektive entscheiden müssen. Und deswegen immer auch Deutungen einbringen, Stellungnahmen und auch zu einem gewissen Maße auch die Wirklichkeit konstruieren, über die wir sprechen. Erfinden klingt sehr weitreichend im Sinne von, dass es so wirklich als bloße Fiktion. So ist es nicht, aber dennoch werden manchmal gewisse Dinge überbetont, manche werden abgeschattet. Dinge, die nicht explizit waren, werden expliziert. Und da sind doch durchaus konstruktive Elemente mit inbegriffen. Und das Ganze führt uns zum letzten Teil für heute, dem Begriff des Framing. Denn genau solche Perspektivierungen werden in der Linguistik, in der kognitiven Linguistik in den letzten Jahren als Framing-Prozesse beschrieben. Und das Ganze möchte ich klar machen an einem Beispiel aus dem Jahr 2019. In der Sendung Hart, aber fair ist diese Sendung ausgestrahlt worden, Flüchtlinge und Kriminalität, die Diskussion. Dann heißt es hier im Teasertext, junge Männer, geflohen aus Krieg und archaischen Gesellschaften, für viele hierzulande Grund zur Sorge und Angst. Können Flüchtlinge überhaupt integriert werden? Wie unsicher wird Deutschland dadurch? Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema. Da ist also vorher eine Doku ausgestrahlt worden und dann, wie es häufig ist bei diesem Format, direkt im Anschluss an eine Talkshow. Und es ist üblich, dass Hart, aber fair das zeitig ankündigt auf der Internetseite und auch auf Twitter, Facebook und so weiter. Und dann können Leute vorab schon mal diskutieren. Und dann ist dieser Tweet hier abgesetzt worden. Danke für tolle Themenvorschläge als Alternative zu unserem Thema am Montag, Flüchtlinge und Kriminalität in Diskussion. Denn es gab sehr viel Kritik dann. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Kritik gehagelt, dass man der Redaktion vorgehalten hat, müsst ihr immer wieder dieses Thema Flüchtlinge und Kriminalität hochkochen. Ihr gießt damit doch eigentlich nur Wasser auf die Mühlen der Rechten und so weiter. Und dann wurden dann Alternativvorschläge gemacht, Bienensterben, Pflege, Armutslöhne, Plastik im Meer und so weiter. Und sie sagen dann, das haben wir alles schon gemacht. Ja, und dann sagt hier Marco Birkholz, das bestreitet wohl kaum einer, aber es bleibt dennoch bei einer unverhältnismäßigen Schwerpunktsetzung beziehungsweise einer Übernahme des rechten Diskurses. Jedenfalls geht es doch auch um das Framing des Themas. Das scheint mir verbesserungsbedürftig. Also Marco Birkholz sagt hier, ihr könnt ja meinetwegen über das Thema Migration sprechen, aber müsst ihr es ausgerechnet so framen, wie ihr das tut. Und dann hat Hart, aber fair gesagt, Framing? Als Journalisten können wir mit diesem Begriff wenig anfangen. Wir versuchen das, was Menschen beschäftigt, so darzustellen, wie es ist. Und hier mit Verlaub als Linguist weiß man nicht so recht, ob man hier lachen oder weinen soll. Denn was soll das heißen? Wir versuchen es so darzustellen, wie es ist. Sie sagen also, wir framen nie. Framing, das mag was sein für Werbung, für Politik und so weiter. Wir Journalisten, wir sind neutral, wir sind objektiv und so weiter. Aber natürlich framet man immer notwendigerweise, weil wir immer notwendigerweise eine bestimmte Perspektive einnehmen müssen. Und jetzt versuchen wir mal klarzumachen, welche Perspektive eigentlich bei Hart, aber fair eingenommen wurde in diesem Teaser-Text. Aber zunächst mal zum Begriff des Framing. Deswegen, das können wir, es gibt ganz verschiedene Definitionsansätze, ich stelle Ihnen mal diesen hier vor. Es geht darum, dass Deutungsrahmen, darum geht es im Wesentlichen, um Deutungsrahmen, die evoziert werden durch die Art und Weise der Formulierung. Oder auch durch die Art und Weise, wie Wörter, Ausdrücke oder auch andere Zeichen, Modi, Bilder und so weiter auch angeordnet werden. Ja, also die Idee, wir haben so einen Sachverhalt, den können wir so oder so sprachlich darstellen. Und je nachdem, wie wir das tun, Perspektiven, perspektivieren wir und setzen einen anderen Rahmen. Wir kennen das alle, stellen Sie sich vor, ein Bildausschnitt, wenn Sie nur das Bild eines weinenden Kindes sehen. Dann hat das Bild eine bestimmte Bedeutung, wenn Sie dann weiter rauszoomen und sehen, was um das weinende Kind noch ringsherum ist. Was möglicherweise die Ursache liefern könnte oder die Ursache sein könnte dafür, dass das Kind weint, hat das Bild eine andere Bedeutung. Und genau so dieses Reinzoomen, bestimmte Dinge ausblenden oder andere mit einbeziehen, auch das können wir natürlich auch sprachlich tun. Und das meint sprachliches Framing. Ant-Man hat das so formuliert, Also zwei Komponenten dieser Definition. Zunächst mal, es geht darum, dass man eine Auswahl trifft, indem man näher ranzoomt oder weiter rauszoomt und mehr berücksichtigt, indem man diese oder diese Perspektive annimmt. Und indem man das tut, begünstigt man bestimmte Problemdefinitionen, bestimmte kausale Interpretationen, macht man plausibel oder weniger plausibel. Und auch sowas wie die moralische Bewertung wird dadurch beeinflusst. Machen wir es mal einem Beispiel klar. Wir hatten gesehen bei Anne Will vorhin, da ging es ja um die Demo. Oder denken wir an Querdenker-Demos. Da finden wir ganz häufig, dass dann Demos aufgelöst werden. Und wir können das ganz unterschiedlich beschreiben. Wir können sagen, die Demonstration wurde aufgelöst. So heißt es ganz häufig in Pressetexten. Wir können aber auch sagen, die Polizei löste die Demonstration auf. Also auch das Passiv wird aktiv. Und Sie wissen es, das Passiv geht mit Argumentreduktion einher im Deutschen. Das heißt, dann muss die semantische Rolle des Agents, wie wir sagen, muss nicht expliziert werden. Also wer eigentlich aufgelöst hat, kann unbestimmt bleiben, weil die Demonstration wurde aufgelöst. Bei zweitens, wenn wir es aktiv formulieren, müssen wir es sagen, wer es eigentlich aufgelöst hat. Die Polizei. Wir können auch so formulieren, Polizisten trieben die Demonstrierenden auseinander. Sie sehen hier zwei Unterschiede. Sowohl bei der Polizei als auch bei der Demonstration ist hier jetzt nicht mehr abstrakt davon die Rede, sondern hier werden Einzelpersonen sprachlich benannt, nämlich Polizisten und Demonstrierende. Das heißt, es wird nochmal feinkörniger. Die Auflösung ist sozusagen eine andere. Und dadurch werden natürlich auch Verantwortungen ganz anders adressiert oder Zurechenbarkeiten sozusagen. Wir können es auch nur hier in so eine Präpositionalphrase auslagern nach Auslösung der Demonstration. Und so nach Auslösung der Demonstration, da ist es quasi fast ganz aus dem Fokus gerückt. Ist sozusagen nur noch im Hintergrund dessen, worum es dann eigentlich geht. Ja, also Sie kennen das beim Fotografieren. Wir können mit unterschiedlicher Tiefenschärfe arbeiten. Wir können näher ranzoomen, näher raussoomen, aber wir können auch dafür sorgen, dass verschiedene Dinge scharf sind. Oder dass gar nicht der ganze Bildraum scharf ist. Oder nur einzelne Teile, nur der Hintergrund und alles zum Vordergrund ist verschwommen oder umgekehrt. Und all das können wir eben auch sprachlich umsetzen. Und genau das nennt man Framing. Anderes Beispiel, Impfpflicht versus Impfzwang. Aktuelles Beispiel aus der Covid-19-Pandemie. Es wird ja darüber diskutiert, ob es eine Impfpflicht geben soll. Von den Befürworterinnen und Befürwortern wird das dann so genannt. Impfpflicht. Die Gegnerinnen und Gegner sagen dazu Impfzwang. Was auch ein anderes Framing ist. Und damit natürlich auch klar zu erkennen gegeben wird. Allein schon durch das Wort Impfzwang ist eine Ablehnung fast schon impliziert. Denn Zwang will eigentlich niemand. Wir müssen uns klar machen, auch Impfpflicht ist eigentlich nicht wirklich so, dass sie da noch groß die Wahl haben. Wenn eine Impfpflicht besteht, werden sie sanktioniert. Wenn sie es nicht tun, sie dürfen nicht rein oder sie bekommen Strafen oder ähnliches. Aber wenn sie es als Pflicht beschreiben, wird doch mehr betont, dass es so etwas wie ein moralischer Akt ist, da auch mitzumachen. Etwas, zu dem man sich positiv verhalten kann. Etwas, was man aus Pflicht tut, aber auf eine Art eben trotzdem noch freiwillig. Bei Zwang ist es eben wirklich nur der äußere Zwang. Und es hat schon was Gewalthaftes. Wir sehen also, je nachdem welche Formulierung wir wählen, bei dem Demonstrationsbeispiel, bei dem Impfbeispiel genauso, können wir auch schon bestimmte wertende Stellungnahmen implizit mit kommunizieren. Und wenn sie jetzt selber Impfgegnerin sind oder Impfgegner und ihre Demo aufgelöst wurde, dann werden sie wahrscheinlich eher so eine Formulierung wie drittens wählen, weil die sozusagen das Bösartige, das Gewalthafte betont. Und wenn sie hingegen eher auf der Seite des Staates stehen, werden sie eine der anderen Formulierungen eher wählen. Ja, so ist das zu verstehen. Jetzt mal theoretisch gefasst. In der Frame-Theorie der Linguistischen werden dann Frames definiert als mentale Repräsentationen einer Stereotypen-Situation oder eines Stereotypen-Sachverhaltes aus einer bestimmten Perspektive. Das ist das Entscheidende. Ja, wir müssen immer einen Frame wählen, womit wir eine bestimmte Perspektive auf eine Situation vermitteln. Das lässt sich nicht umgehen. Die Frage ist nur, wie framen wir eigentlich? Ja, und wenn wir nun Frames beschreiben wollen in der Linguistik, dann hat es sich eingebürgert in der Nachfolge von Minsky, das zu tun, indem man Leerstellen und Füllwerte beschreibt. Im Englischen auch Slots und Fillers genannt. Und es ist so, Leerstellen lassen sich ganz gut erschließen mit Fragen, die wir stellen können. Ich werde es euch an einem Beispiel klar machen und Füllwerte, die Antworten, die man auf diese Fragen gibt. Und wir können Leerstellen, also die Füllwerte können entweder explizit benannt sein, im Text tatsächlich explizit gemacht werden. Sie müssen aber nicht notwendigerweise benannt werden. Und wir verstehen es trotzdem, wir ergänzen sie gewissermaßen im Verstehensprozess auf Grundlage von stereotypischen Erwartungen. Das sind die sogenannten Standardwerte. Gucken wir uns mal an, am Beispiel das Framenetz, das ist ein Projekt von Alexander Ziem in Düsseldorf. Auch Alexander Lasch von der TU Dresden ist daran indirekt beteiligt. Die versuchen, das gibt es weltweit für verschiedene Sprachen, die versuchen hier die Frames zu erfassen in solchen lexikografischen Einträgen. Und hier blau hinterlegt die sogenannten Frame-Elemente. Und das sind genau diese Leerstellen und hier mal so als Lückenfüller bestimmte Standardwerte sozusagen. Oder wir könnten auch sagen, die Leerstellen sind Variablen, wo dann bestimmte Varianten eingesetzt werden. Es gibt bei Protesten, Demonstrationen gibt es leider noch nicht als eigenen Eintrag. Wir gehen jetzt zu Protesten. Es gibt dann hier sowas wie die Protestierenden. Und wir können dann fragen, wogegen eigentlich wird, also wofür oder wogegen wird hier eigentlich protestiert. Und damit kann dann auch Handlungen gemeint sein oder bestimmte andere Dinge, dass man sagt, gegen die Einführung oder gegen die Pläne einen Impfzwang oder Impfpflicht einzuführen, die auf einer bestimmten Seite zu finden ist. Und wir sehen auch hier die öffentliche äußere Unterstützung betrifft auch mehrere Protestierende, die sich einer organisierten Versammlung in einem öffentlichen Bereich teilnehmen. Ja, also wir erwarten bei Proteste typischerweise, dass es im öffentlichen Raum stattfindet. Wenn wir also so einen Satz lesen wie gestern bei Anti-Corona-Protesten in Berlin, dann könnte mit Berlin theoretisch auch gemeint sein, irgendwo eine Wohnung in Neukölln. Irgendwo eine Privatwohnung in Neukölln. Das erwarten wir aber normalerweise nicht. Sondern wir erwarten, dass Proteste normalerweise im öffentlichen Raum stattfinden. Und wir können dann auch fragen bei Protesten, nehmen wir sowas wie bei Protesten gegen die Corona-Politik, dann fragen wir, wer hat da eigentlich protestiert? Oder wenn wir nur sagen, gestern haben Anhänger der AfD demonstriert, dann können wir fragen, wogegen eigentlich oder wofür eigentlich? Und das ist damit gemeint, solche Leerstellen, solche Füllwerte. Und wir können das Ganze eben auch unterschiedlich bezeichnen. Bezeichnen, wir könnten Demonstrationen auch als Krawalle bezeichnen. Wir könnten Demonstrierende als Chaoten bezeichnen, als Schwurbler. Oder auch als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die sich für die Grundrechte einsetzen. Und je nachdem, wie sie es beschreiben, machen sie auch erkennbar, auf wessen Seite sie gerade stehen. Und jetzt gehen wir nochmals zurück zu dem Sendungstitel, hart aber fair. Dann können wir ja sehen, das war der Vorwurf von Marco Birkholz oder wie er hieß. Der Sendungstitel Flüchtlinge und Kriminalität, der rahmt oder erframt das Thema Migration aus einer ganz bestimmten Perspektive. Und zwar aus einer Perspektive der besorgten Bürger hierzulande. Und er bedient damit auch das Stereotyp der kriminellen Ausländer. Wir könnten das Phänomen von Migration ganz anders framen. Nämlich zum Beispiel eher aus der Perspektive der Geflüchteten selbst. Aber hier wird sozusagen die Perspektive der besorgten Bürger hierzulande eingenommen. Das heißt, vielen Bürgern macht das Sorge oder ähnliches. Und selbst wenn wir uns entschließen würden, das Thema Kriminalität unter Geflüchteten zu thematisieren, was ja legitim wäre, das zum Thema zu machen, darüber kann man auch kontrovers diskutieren, könnte man auch das eher so perspektivieren, dass man nach Ursachen danach fragt. Nach Ursachen und Präventionsmöglichkeiten von Straffälligkeit bei Geflüchteten oder ähnliches. Ja, aber hier ist eben eine bestimmte Perspektive eingenommen worden. Das ruft also einen bestimmten Frame auf, könnten wir sagen, wo das Konzept Flüchtling und seine zentralen Leerstellen vor allem eine Sache betonen und geradezu überbetonen, nämlich die Neigung zu Straftaten. Das Konzept Flüchtling hat noch viele andere Leerstellen. Woher eigentlich, warum sind die Menschen geflüchtet? All das könnte man fragen. Aber das wird hier gar nicht erst thematisiert. Hier geht es allein um diesen einen Aspekt, die Neigung zu Straftaten. Und dieses Framing ist hart aber fair zum Vorwurf gemacht worden. Und zwar ist eins, was es wirklich problematisch macht, ist, dass die Gründe für die beschriebenen Probleme hier bei den Flüchtlingen selbst gesucht werden. Ja, man könnte ja auch fragen, was, inwiefern versagt eigentlich unsere Gesellschaft oder unsere Staatengemeinschaft, wenn sie zulässt, dass solche Dinge passieren, dass junge Menschen in die Notlage geraten, dass sie straffällig werden. Ja, das ist schon wieder jetzt sehr vereinfacht, wenn wir sagen, sie geraten, sie werden straflicher, weil sie in Notlage geraten. Ja, aber wenn wir nur mal so versuchsweise das als Erklärungsansatz heranziehen würden und so ein Bild zeichnen würden, wäre das ein ganz anderes. Da ist es so, das sind sozusagen die Flüchtlinge und die sind hauptverantwortlich über das, was sie tun. Und wir, wir hier in Deutschland, wir, die aufnehmende Gesellschaft, wir werden dadurch in Angst und in Sorge versetzt. Aber Schuld sind eigentlich die anderen. Ja, und das entspricht nun wirklich in frappierender Art und Weise doch der Art und Weise, wie gerade die AfD über Flüchtlinge spricht. Sie erinnern sich an das Kollokationsprofil von Flüchtlingen in den Bundestagsplenarprotokollen, wo ich hier gezeigt hatte, das sind die Kollokationen in den Reden aus der AfD-Fraktion. Und dann finden wir sowas wie hier geduldet, tatverdächtig, Rücknahme illegal und so weiter. Das sind also genau diese Bedeutungsaspekte, die die AfD so relevant setzt, werden auch im Framing von Hard Aber Fair präsent gesetzt. Und deswegen muss sich Hard Aber Fair wirklich die Kritik gefallen lassen, dass sie hier die zumindest versuchst, zumindest probeweise, zumindest vorläufig sozusagen die Perspektive der Rechten übernehmen. Und ob das die Aufgabe oder ob das die richtige und gute Position ist für einen öffentlich-rechtlichen Sender, das kann man wohl mit Recht kritisch hinterfragen. Gut, ich komme zum Fazit. Wir haben gesehen, in den Massenmedien wird gesellschaftlich relevantes Wissen auf eine besonders wirkmächtige Weise verhandelt. Also Wissen um Migration zum Beispiel. Und das gucken dann Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Leuten, manchmal bis zu einer Million Leute, nehmen das wahr und führen diese Diskurse fort. Und deswegen hat natürlich auch so ein Sender wie die ARD und so eine Redaktion wie Hard Aber Fair eine gewisse Verantwortung. Wir finden typische kommunikative Konstellationen in diesem Massenmedialen Sprachgebrauch, zum Beispiel Mehrfachadressierung. Und wir sehen, dass es natürlich das Gebot der Neutralität gibt, was aber als solches ein Idealbild bleiben muss. Wir haben eine prinzipielle Perspektiviertheit sprachlicher Äußerungen. Das lässt sich gar nicht umgehen. Wichtig ist es wahrscheinlich, müsste man aus einer medienkritischen Perspektive sagen, Wichtig ist es, diese Perspektiviertheit nicht zu kaschieren, sondern sich dessen bewusst sein und es immer auch selbstkritisch hinterfragen. Und wir haben gesehen, dass es neutralistische Strategien gibt, die versuchen zu vermitteln zwischen Perspektivität und Neutralität. Wir haben gesehen, dass es mehr mal weniger gut gelungen ist. Wir können ja auch sagen, gut, Hard Aber Fair vertritt ja nicht selber diese Meinung, sondern gibt es gewissermaßen nur als Zitat der Öffentlichkeit wieder, also auch hier wieder mit Volkes Stimme. Ja, aber es hat eben auch vielleicht was Populistisches, genau dieses Argument hier mit Volkes Stimme zu reden. Und deswegen ist das in meinen Augen ein eher weniger gelungenes Beispiel einer neutralistischen Vermittlung. Das ist Literatur. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es dann weiter mit digitalen und sozialen Medien. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.